Thomas und ich haben ja mal vor ganz langer Zeit auch versucht, das hinzubekommen. Thomas, steh mal auf. Oh, gut. Oh, ist ein Arzt im Publikum? Haben wir einen Arzt da? Komm, setz dich nochmal hin. Sonst nochmal hinsetzen. Okay, setz mich wieder hin. So, Thomas und ich haben auch... So, schneller aufstehen. Ach so, schneller aufstehen, ja. Pass auf. Also, vielleicht mal zur Erklärung. Ja, ich bin Mats, ne? Aber ich muss mich jetzt nicht hinwerfen. Du hast immer solche Rückpässe gespielt. Nee, du musst gleich noch meckern. Ach so, ich muss meckern, ja, okay. Nein, jetzt, wenn du jetzt ausholen würdest, mit dem, warte mal, rechts war es, ne? Ja, rechts war es. Und ich würde dich hier treffen, oder wo? Ja, ein bisschen höher, ja. Dann könnte ich ja gar nicht mehr... Oder wo auch immer. Er kann ja nicht weiter durchschwingen. Also, ich habe ja ganz normal geschossen und habe mich dann... Das Bein geht ja weiter, der Ball... Also, deswegen. Ihr habt das super nachgespielt, das kann ich beurteilen. Das war eine ganz tolle Darstellung.